Der Standort Deutschland ist zu teuer, die Lohnkosten sind zu hoch. Die Meinung, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu viel verdienen, teile ich nicht. Die wird zwar gerne wiederholt und von vielen gesagt, aber ich bin anderer Meinung. Es gibt ganz schön viele, die ganz schön knapp rechnen müssen. Deshalb machen wir jetzt ja auch noch mal was bei den Steuern. Deshalb haben wir in vielen anderen Dingen was gemacht. Und dass die Lösung für das wirtschaftliche Wachstum in Deutschland sein soll, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Rechte verzichten, dass die Renten reduziert werden, dass die Krankensicherung schlechter gemacht wird. Das ist ein Rat, den ich nicht gebe.